Everglades City Everglades, Everglades City, ist ein kleines Städtchen im Süden von Florida. Reisende, die von der Westküste Floridas kommen, beginnen hier ihren Besuch des Everglades Nationalparks. Von Nebels aus ist Everglades in einer Dreiviertelstunde zu erreichen. Aktivitäten Everglades ist Stützpunkt verschiedener Anbieter, bei denen man Bootsausflüge in den Everglades Nationalpark buchen kann. Den höchsten Erlebniswert hat das Paddeln im Kajak, dicht gefolgt von der Fahrt auf dem Sumpfboot. Hier eine Auswahl von Veranstaltern. Tour de Glades minus private Tours, 32.016 Tamiami Trail East, bieten Kajak- und Wandertouren an. Weiterhin ist eine Bootstour Jarnedude 10.000 Islands im Programm. Die Touren sind nicht ganz preiswert, nach Ansicht des Tripadvisor aber das Feinste, was man in Everglades findet. Show Adventure Company de Tours, 32.016 Tamiami Trail East, und Everglades Backcountry Experience Visket. Rodney Raffield, 102 Collier AW, zwei weitere Anbieter von Kajak-Touren, im Tripadvisor ebenfalls hochgelobt. Everglades City Airboot Tours, 907 Duos Street, der im Tripadvisor am höchsten bewertete Anbieter von Touren im Sumpfboot. Die Standard-Tour heißt Mangrove Adventure. Zu sehen sind der Mangrovenwald und Minus mit etwas Glück minus Alligatoren, Seekühe und viele Wildvögel. Abfahrt bis zu 8 Mal täglich. Kosten pro Person 39,62 Dollar plus Tax, Kinder bis 10,20 Dollar und 75 Cent plus Tax. Everglades Private Airboot Tours, 31.000 US 41 Haus, ein weiterer hoch bewerteter Anbieter von Touren im Sumpfboot. Kosten für die einstündige Standard-Tour, 40 Dollar, Kinder 20 Dollar. Die Everglades Nationalparkboot Tours, 815 Koblind AW, steht Route 29, die im Tripadvisor eher unterdurchschnittlich bewertet werden, bieten zwei Touren an. Die Route der 10.000 Island Tour führt durch den Mangrovenwald. Transportmittel ist ein Ausflugsboot mit zwei Decks. An guten Tagen sieht man unterwegs Seekühe, Weißkopfseeadler, Fischadler, Luffler und Delfine. Dauer, anderthalb Stunden, Kosten pro Person 31,80 Dollar, Kinder 5,12, 15 Dollar und 90 Cent. Abfahrt von 9 Uhr oder 9.30 Uhr an alle halben Stunden bis in den Nachmittag. Die Mangrove Wilderness Tour, bei der auf kleineren Booten nur sechs Passagiere mitfahren, führt durch Sumpfland, zu den Tieren, die man mit ein bisschen Glück sehen kann, zählen Alligatoren, Waschbären, Rotluchse und viele Vögel. Dauer, 1-3 Viertelstunden, Kosten pro Person 42,40 Dollar, Kinder 21,20 Dollar. Abfahrt je nach Jahreszeit vier bis sieben Mal täglich. Küche Die Auswahl an Restaurants ist klein. Hier die Top-Adressen.